Hi, mein Name ist Alexander Eggers und ich wollte in einer ganz kurzen Videoserie euch mal meine besten Office 365 Features zeigen. Und eins, was ich sehr intensiv nutze, ist die Funktion Bookings von Office 365. Dort hat man die Möglichkeit, dass man Termine mit jemand anderes abstimmen kann, der sich selber in deinem Kalender Termine raussuchen kann. Das heißt, wir haben den Zugriff direkt in unseren Outlook-Kalender von einer dritten Person, die sich dann da drinnen einen freien Termin raussuchen kann. Das mache ich sehr viel, gerade für kurze Telefonanrufe ist das viel leichter, jemanden einen Link zu schicken und der sucht sich selber einen Termin raus. Natürlich muss man dafür seinen Terminkalender gut gepflegt haben, sonst geht das natürlich nicht. Ich will euch ganz schnell zeigen, wie man da hinkommt, wie ihr die Funktion aktivieren könnt. Ihr geht auf office.com, meldet euch dort an und habt dann die Möglichkeit, wenn es nicht direkt angezeigt wird, über alle Apps zu gehen. Dann gibt es hier den Punkt Bookings. Wenn wir Bookings aufrufen, sieht das Ganze so aus, ich habe das jetzt aufgrund der Screens ein bisschen groß gemacht, damit man das besser sehen kann. Aber wir haben hier links eine Menüleiste und haben dort verschiedene Optionen, wie wir Mitarbeiter und auch Dienste anbinden können. Also zum Beispiel haben wir hier dann die Möglichkeit, verschiedene Mitarbeiter anzulegen. In meinem Fall bin halt nur ich drinnen als Mitarbeiter. Und hier haben wir die Funktion Dienste aufzurufen und ihr seht schon, ich habe hier sowas wie einen Telefontermin, halbe Stunde, Besprechungstermin zwei Stunden drinne, einen Manntag buchen oder einfach einen zwei Stunden Telefontermin mit Teams buchen. Das ist jetzt die Besonderheit, was neu dazugekommen ist vor einiger Zeit. Wir können diese Besprechungsanfragen auch automatisch als ein Teams Call planen. Ja, das finde ich total klasse. Das ging bis vor kurzem noch nicht. Das heißt, da musste man immer noch mal den Termin extra erstellen als Teams Call. Das können wir jetzt automatisch machen. Wie sieht das aus, wenn ich also so einen Dienst hier verwalten will oder eben neuen Anlege. Dann schauen wir rein, dann haben wir hier so eine Beschreibung, also Telefontermin, Video Call mit Alexander Eggers. Vor allem haben Sie einen Telefontermin mit mir. Dann können wir hier auswählen, dass das eben ein Telefonanruf, Video Call ist und das hier entsprechend aktivieren, Online-Besprechung hinzufügen. Dann kann man die Detail, die Dauer noch definieren, wie lange das dann im Kalender natürlich auch geblockt werden soll, wie viel Vor- und Nachlauf dieser Termin im Kalender haben soll. Damit ich natürlich nicht, wenn ich vielleicht bei einem Kunden schon war, direkt im Anschluss den Termin reingesetzt bekomme. Das schaffe ich ja im Zweifel nicht. Also hier kann ich so Pufferzeiten quasi mit angeben. Theoretisch können auch Preise mit angegeben werden für eine Abrechnung. Das brauchen wir jetzt bei mir nicht. Ja, und dann habe ich halt einen direkten Link, den ich aufrufen kann. Es gibt so zwei Varianten. Entweder gibt es eine Übersichtsseite, wo alle Produkte stehen. Ich benutze das oder alle möglichen Telefontermine stehen. Ich benutze das allerdings immer eher, dass ich sage, okay, der Externe soll eine halbe Stunde mit mir telefonieren können. Dann gebe ich ihm gar nicht die Option, dass er irgendwie zwei Stunden buchen kann oder so. Dann schicke ich nämlich ihm nur diesen Link hier. Wir gehen mal rein. Ich kopiere mir den mal eben einmal raus. So, und dann trage ich den in Internet Explorer ein. Dann seht ihr jetzt hier, wie die Buchungsseite kommt. Und hier steht jetzt quasi nur der Telefontermin 30 Minuten. Teams Call mit Alex Eggers. Wenn ich die Standardübersichtsseite nehmen würde, würden hier quasi alle Produkte, also alle möglichen Terminoptionen stehen. Jetzt steht nur der eine hier. Und jetzt geht es quasi den Live-Blick in meinen Kalender rein. Heute ist der 30. April. Da sehen wir jetzt also, haben wir noch ein bisschen was frei. Wenn ich jetzt mal ein weiter springe, sehen wir, dass also der Mai dann schon ganz gut ausgebucht ist. Und dann kann ich mir exemplarisch einen Tag rausnehmen. Am 14. habe ich also offensichtlich noch nichts drin. Und jetzt kann derjenige sich einen Termin raussuchen und dort direkt rein buchen. Dann nehmen wir jetzt mal den vierten, dass wir uns das auch gleich mal angucken, vielleicht live. Also am vierten um 10 Uhr, möchte der einen Termin mit mir buchen, weil es da ihm auch am besten passt. Dann kann er jetzt hier unten nochmal seine ganzen Adressdaten eingeben. Name, E-Mail Adresse. Trage ich mich mal selber ein. Telefon. Das brauchen wir alles nicht. Wir können auch Zusatzinformationen abfragen, wie zum Beispiel den Anrufwunsch. Also warum will der sich mit mir überhaupt treffen oder sprechen? Das habe ich manuell eingebaut. Das kann man in jedem Termin so machen oder in jeder Abfrage, weil es natürlich dann hilft nochmal nachzuvollziehen, warum schreibt er mich überhaupt an. Weil wenn der Termin erst in vier Wochen ist, dann weiß ich im Zweifel gar nicht mehr, worum es da ging. Kann man also auch irgendwas eintragen. Dann können wir runtergehen und sagen buchen. Und jetzt wird der Termin automatisch gebucht. Bei mir im Terminkalender angelegt, bei demjenigen, der bucht im Kalender angelegt, als Besprechungseinladung. Da ist der Teams-Link gleich mit drin. Als auch eine Erinnerung, das kann man auch einstellen. Einen Tag vorher wird mir eine Erinnerung geschickt. Hey, morgen hast du ein Telefon- Termin nennt. Und natürlich auch der Kollege, der selber den Termin beantragt hat, kriegt auch eine Einladung und eine Erinnerung daran. Also ein ganz cooles Office 365 Feature, ganz einfach zu benutzen. Microsoft Bookings. Ja, das kann man natürlich auch aufbohren. Wenn jetzt also jemand ein Geschäft hat, wo er halt viele Termine machen muss, kann man das dafür natürlich auch nutzen. Aber ich sage jetzt mal für mich einfach nur für Telefontermine mit externen, finde ich, ist das eine ganz tolle Funktion. Ja, vielen Dank, dass ihr bei uns gebucht haben und vielen Dank, dass ihr euch das angeguckt habt. Tschüss!